So, ich nehm jetzt doch wieder die Klasse, aber ne andere Waffe mal. Ähm, mal ne ganz andere. Ich nehm mal die Skal. Hab ich schon lange nicht mehr gespielt. Beziehungsweise, ne komm, mir geht's gut, ich nehm die Auk A3. Und das passt so, wie wir's da haben. Ähm, Moment, wir können mal kurz, ähm... Bei dir? Nö, na, na. Jetzt schreibt sie gleich wahrscheinlich wieder. Also nicht schwundern hier. Ja, zeig ich doch. Vielleicht hört ihr das ab. Blub, blub. Oh, und dann muss ich natürlich zurückschreiben. Ist ja klar. So. Nein. Oh. Hurensohn. Ich mache Paré auf... Mache, mache... Paré auf deinem Grab. Das mit dem, äh, Caps Lock, ist eigentlich schon vollautomatisch, irgendwie. Pitch! Weg! Boah. Guck mal, mir die Pack. Arschloch! Obwohl du mich blockiert hast, ja. Bestimmt, die Kittert, da bin ich hier so voll... Voll die Social Guy, hey, so. Okay, ich geh jetzt mal hier hoch in... Deckung. Und pimmel mich da hin. Damit ich antworten kann. Oh, oh. Damit ich antworten kann. Oh. Ja, der hat mich erwischt. Die Hure, weil es killt einfach einen, der AFK ist. Hm. Und tut mir auch leid, dass ich jetzt hier, ähm... Mittendrin, auch in vorherigen Aufnahmen, öfter mal... ...am sch... ...schreiben bin, aber, ähm... Nach einem halben einsamen Jahr muss... ...ja, muss man dann doch mal... ...sich, äh... ...halt auf den Hosenboden setzen und mal wieder eine V-Klar machen. Und... ...da ich eigentlich persönlich nie mit irgendwelchen Tussen rede, weil sie sonst direkt den richtigen Eindruck von mir kriegen... ...schreibe ich lieber. Stundenlang. Deswegen, also mir hat früher mein Handy-Akku vom S3 hat mir früher immer anderthalb Tage gehalten. ...und jetzt hält er mir nur einen halben Tag oder so. Aber ich bin ja auch viel aktiver. Bam! Bam! Oh! Oh, Bitch! Boah! 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 Sorry, aber ich muss campen. Ich war AFK. Oha. Das Mädel hat mir gerade eine richtig heftige Geschichte erzählt, man. Krass. Ich würde es ja erzählen, aber ich... Das ist dann doch eine Spur viel zu persönlich. Von daher halte ich jetzt meine Fresse, aber... Ich kann schon mal sagen, dass es richtig krass ist gerade. Ich weiß gar nicht, was ich sagen muss. Füü... Untertitelung. BR 2018 Wir haben jetzt sieben Minuten, deswegen eine Runde hängen wir da nur dran. Untertitelung. BR 2018 Oh, guck mal, da haben wir mal einen Pieck. Da gehen wir doch ab. Hier. Das machen wir jetzt. Da hauen wir jetzt noch schön mal rein. Aber nachdem ich mich erstmal wieder ins Eck gelegt habe. So, also. Ja, das ist jetzt, also ich kann direkt sagen, wenn euch das nervt, wenn ich da immer ins Eck liege und schreibe, dann geht am besten direkt, äh, what the fuck. Dann schaltet am besten direkt wieder ab, weil, äh, das wird jetzt wahrscheinlich noch die ganze Aufnahme so weiterlaufen. Hat die eigentlich schon wieder geschrieben? Ne, okay, gut. Gut, gut, gut. So, wie ich einfach mal den ersten Kill gemacht habe. So, jetzt hat er... Wie dreist. Toll, so. Sehr gut, Dankeschön, kann ich schreiben. So, jetzt. So. Da, 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 da. Pam, pam, pam. Da, 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 da Oh, wo ist der jetzt? Boah, what the fuck. Ja, hauptsache, da steht da die Hure. So, muss grad schreiben. Also, weiter geht's. Also, da ist richtig krass, was sie mir da schreibt. Und, ähm... Bitch! Nein, jetzt reicht's mir nicht mehr scheiße. Aber, naja, ich muss jetzt halt... viel zuhören, beziehungsweise lesen... und zurückschreiben und Mut machen und dann klappt sie mit dem Bumsen vielleicht auch irgendwann. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Da war ja so nicht sagen, immer. Da war ja nicht. Nee, also, ich find, das ist, äh... Es ist im Prinzip schon relativ, äh, respektlos Frauen gegenüber, sie quasi, äh... immer nur zum Bumsen zu sehen. Deswegen, man muss ne Frau schon als ne Frau sehen, beziehungsweise ein Mädchen, ein Mädel. Ne Bitch! Und da ist es natürlich doof, wenn man halt sagt, hey, alter, will ich Bumsen noch da, was los? Bitch! Okay, we're really hearthing them. It's good, keep it up. Light me up, help me out! Aaaaah! Fuck! So, weiter geht's. Ich glaube, ich werde dann jetzt auch nur noch die, äh, Runde vielleicht voll spielen, beziehungsweise die 15 Minuten. What? Äh! Und dann wahrscheinlich auch einen Cut machen, weil ich glaube, das hat so keinen Wert, wenn ich mit der Schreiben und gleichzeitig aufnehmen will, das... Öh! Noob! Das funktioniert so nämlich nicht. Na, oh! Oh! Immer so viel auf mich! Weil da funktioniert so nicht, sag mal, und da muss ich ja gucken, wie ich statt mache. Da heißt da, Marius Stamm wohl, äh, so jetzt. Noch die Aufnahme voll so, vielleicht auch nur 16 Minuten und dann zockt ich bloß noch. Juhu! Morgen mitternan! Morgen mitternan! Morgen mitternan! Morgen mitternan! Heiland Sacramente! He! Jetzt reicht's mir langsam echt, he! Da hab ich gar keinen Bock mehr auf die Spiele. Sorry. Aber dort muss es sein, nochmal. Ähm, aber dort muss es sein, nochmal. Morgen mitternan! Morgen mitternan! Äh? Äh? Heiland Sacke! So, da hab ich jetzt ganz ehrlich keinen Bock mehr auf die Camper. Scheiße, ich werd jetzt auch runtergehen von dem Server, wo Mafia 2 aufnimmt. Also, bis denne im Mafia 2 LP. Tschüss! 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 Vielen Dank.